Mir geht es gut, ich denke, dass ich das ganz gut verkraftet habe, dass ich jetzt mittlerweile fünf bis sechs Wochen, glaube ich, auch im Training bin, merkt man, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen und ich hatte ja auch die Möglichkeit, vor dem Spiel am Samstag auch in der Länderspielpause ein, zwei Testspiele zu machen und ich denke, dass ich das alles sehr, sehr gut überstanden habe. Ich habe mit vielen noch kein gemeinsames Spielspiel bestritten oder mit ein paar, aber wenn man es mal andersrum sieht, bin ich schon, wie gesagt, seit mehreren Wochen wieder im Training und habe ja auch eigentlich letzte Saison oder beziehungsweise vor der letzten Saison die komplette Vorbereitung mit den Jungs mitgemacht. Das heißt, alle Spieler, die jetzt in die Saison neu dazu gekommen sind, sind so ein bisschen Spieler, an die ich mich vielleicht oder an deren Laufwege ich mich vielleicht noch ein bisschen gewöhnen muss, gerade denke ich, was unsere Stürme noch angeht. Ich glaube, das Wichtige ist erst zu einer Erste, was man in den letzten Wochen auch gesehen hat, dass wir gemeinsam verteidigen und das viel besser in den Trott.